Herzlich Willkommen! Sie wundern sich vielleicht, dass der Lehrsaal so leer ist. Damit tun, dass Ihre Studienkolleginnen und Kollegen auf Sie schon warten. Im Netz, denn wir lernen im Netz. Der kostenlose E-Mox-Kurs Lernen im Netz vom Möglichen und Machbaren richtet sich an all jene, die sich für das Thema Lernen und bzw. im World Wide Web interessieren. Dabei wird versucht, möglichst viele Aspekte dieses Themas zu behandeln. So werden soziale Netzwerke ebenso Thema sein wie das Urheberrecht oder Lernteorien. Wir beschäftigen uns mit dem Mobile Learning ebenso wie mit Lernplattformen und Personal Learning Environments. Der Kurs startet am 13. Oktober 2014 und dauert insgesamt neun Wochen. Am Ende gibt es für all jene, die zumindest 75% der Quizfragen richtig beantworten, eine Teilnahmebestätigung. Studierende der Universität Graz können sich den Kurs auch als Lehrveranstaltung anrechnen lassen. Sie müssen dafür aber eine eigene Lehrveranstaltungsprüfung ablegen. Alle wichtigen Informationen finden interessierte Studierende auf Uni Graz online. Für die Teilnahme am Kurs sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig. Allerdings ist es hilfreich, wenn Sie Grundkenntnisse im Umgang mit neuen Medien mitbringen. Ich freue mich darauf, mit Ihnen gemeinsam im Netz zu lernen. Och bei Ihnen sind wir beim Lernplattformen und Lernplattformen und Lernplattformen. Vielen Dank.